Der Prolog von Orit vom 19. September Gedenken Die heiligen Märtyrer Trophimus, Sabatius und Dorimedon Im dritten Jahrhundert unter der Herrschaft des Kaisers Probus, als Atticus in Antiochia regierte, kamen Trophimus und Sabatius, beide angesehene und würdige Bürger, in diese Stadt. Sie trafen gerade ein, als ein heidensches Fest im nahegelegenen Ravni stattfand und dem Götzen Apollo Opfer dargebracht wurden. Atticus übernahm jede Anstrengung, um sicherzustellen, dass auch tatsächlich alle Bewohner der Stadt an diesem Fest teilnahmen. Als jemand bemerkte, dass Trophimus und Sabatius nicht an diesem Fest teilnahmen, teilte er dies Atticus mit. Atticus brachte sie vor Gericht und als sie es ablehnten, Christus zu verleugnen, und erwerfe sie nacheinander verschiedenen Martern. Nachdem er Trophimus geschlagen und gequält hatte, schickte ihn Atticus nach Phrygien zu Dionysius, einem noch grausameren Folterer der Christen. Dann holte Atticus Sabatius aus dem Gefängnis und begann ihn zu verhören. Als ihn der Folterer fragte, wer er sei und welchen Rang er innehabe, antwortete er, Mein Rang und meine Würde, Heimatland und Ehre und Reichtum ist Christus, der Sohn Gottes, der ewig lebt und durch dessen Vorsehung das All besteht und gelenkt wird. Dafür wurde er geschlagen und verrenkt und mit Eisenwerkzeugen abgeschabt, bis seine Knochen unter dem Fleisch zu sehen waren. Unter diesen Qualen starb er. In Phrygien unterwarf der Folterer Dionysius Trophimus weiteren Torturen und behielt ihn dann im Gefängnis für noch größere Martern. Ein gewisser Senator Dorimedon, ein geheimer Christ, kam in das Gefängnis und half Trophimus. Als der Folterer davon erfuhr, begann er beide auf dieselbe Weise zu martern und schließlich warf er sie den wilden Tieren vor, doch die wilden Tiere berührten sie nicht. Der heilige Dorimedon stachelte sogar die Beeren an und zog sie an den Ohren, damit sie ihn zerreiße. Doch sie wurde nur noch sanfter. Schließlich befahl der Folterer, die heiligen Trophimus und Dorimedon mit dem Schwert zu enthaupten. Die Seelen dieser beiden heiligen Märtyrer regieren nun im Himmel. Der heilige Märtyrer Sosimas der Eremit Der sizilianische Fürst Domitian ging mit seinen Dienern in den Bergen auf die Jagd. Da sah er einen alten Mann, der von wilden Tieren umgeben war, die so zahm waren wie Lämmer. Gefragt, wer und was er sei, erwiderte der Altvater, sein Name sei Sosimas und er sei Christ und habe schon lange bei den wilden Tieren gelebt, die besser seien als jene, die in der Stadt lebten und Christen folterten. Dies kränkte Domitian, der selbst ein grausamer Christenverfolger war. Er ließ Sosimas in Ketten legen und schickte ihn nach Nazareth, denn er wollte ihn besonders an diesem Ort quälen, um jene einzuschüchtern, die an Christus glaubten. Als Domitian Sosimas mit Pfeilen verwundet und blutig geschossen hatte, band er ihm einen Stein um den Hals und hängte ihn kopfüber an einen Baum. Dann verhöhnte ihn der Fürst, in dem er sagte, Befiehl, dass die wilden Tiere kommen, damit wir glauben können. Der heilige Märtyrer betete zu Gott und tatsächlich tauchte ein riesiger Löwe auf, nahte sich Sosimas und legte seinen Kopf unter den Stein, um die Qualen des Märtyrers zu erleichtern. In großer Furcht ließ der Fürst den Märtyrer frei, doch dieser übergab bald darauf seinen Geist in Gottes Hände. Der heilige Theodor, Fürst von Jaroslavl, war ein gerechter und barmherziger Mann. Er empfing vor seinem Heimgang das große Schima und ging ein in die Ruhe im Jahre 1298. Lobeshymne Der heilige Märtyrer Sosimas der Eremit In die dürre Einöde, fern der Menschen, dorthin war der heilige Sosimas früh im Leben geflohen. In der Einsamkeit sprach er mit Gott und verbrachte sein Leben in vielen Mühen. In Gebet, Fasten, Nachtwachen und in Rettung bringender Gottesbetrachtung. Wie ein Engel war er in den Nachtwachen wie ein Riese im Glauben. Sogar die Tiere spürten seine Unschuld. Die Tiere, von grausamen Menschen verachtet, liebten den Heiligen und gehorchten ihm, wie Kinder ihrem Vater gehorchen. Der barmherzige Heilige zähmte sie mit Barmherzigkeit und die Tiere erwiderten Güte mit Güte. Denn Tiere erinnern sich der Güte und vergelten mit Sanftmut. Mit Dankbarkeit gegenüber ihren Wohltätern, verfolgt von den Menschen, doch den Tieren lieb, so wohnte Sosimas inmitten der wilden Tiere. Doch die vertierten Menschen entdeckten sein Heim und töteten seinen Leib durch grausame Matern. Jetzt freut sich Sosimas im Himmel, im Paradies jubelt er mit den Heiligen. Er betet für uns, für die Überwindung unserer Drangsale, auf das wir uns freuen mögen mit ihm im Paradies. Betrachtung Die Toten nehmen die guten Werke wahr, die um ihretwillen vollbracht werden. Sie haben Kenntnis von ihnen. Darüber darf ein Christ keinen Zweifel hegen. Gute Werke fließen wie ein elektrischer Strom in die andere Welt. Ein kaiserlicher Offizier namens Magistrian wurde vom Kaiser auf einen wichtigen Botengang geschickt. Auf seinem Weg sah er einen toten Mann unbekleidet da liegen. Dieser Anblick bekümmerte ihn, er nahm seine Tunika ab, hüllte den Leichnam darin und begob ihn. Nach einer gewissen Zeit widerfuhr Magistrian ein Unglück. Er fiel von seinem Pferd und barach sich sein Bein. Lange Zeit lag er krank im Bett. Schließlich versammelte sich eine Gruppe von Ärzten um sein Lager und entschied, dass das Bein amputiert werden müsse. In der Nacht konnte Magistrian nicht schlafen. Mit Weinen und Seufzen vergingen die Stunden. Um Mitternacht erschien plötzlich ein Mann und fragte, »Warum weinst du?« Als Magistrian es erklärte, streckte der Unbekannte seine Hand zum verletzten Bein aus und es wurde gesund. »Um Gottes Willen, sag mir, wer bist du?« rief Magistrian. Darauf erwiderte der unbekannte Mann, »Schau aufmerksam. Ist das nicht deine Tunika?« »Als Antwort auf deine gute Tat hat mich Gott geschickt, um dich zu heilen.« Nun danke Gott dafür. Zum Nachdenken Lasst uns nachdenken über König Asas Sünde und über Gottes Bestrafung. Zweite Chroniken, Kapitel 16 Wie Asa aus Furcht vor dem Nachbarkönig Gottes Gold aus dem Tempel nahm und es benutzte, um mit dem König von Syrien ein Bündnis zu schließen. Wie der König von Syrien das Gold nahm und ihn verließ. Wie Gott Asa eine schwere Krankheit schickte. Homilie Über die seelische Erschütterung Christi Jetzt ist meine Seele erschüttert. Was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Aber deshalb bin ich in diese Stunde gekommen. Johannes, Kapitel 12, Vers 27 Nichts Wirklicheres ist in die Welt gekommen als unser Herr Christus. Nichts Wirklicheres sowohl als Gott als auch als Mensch. Wahrlich, diese ganze Welt, getrennt vom Herrn Jesus, ist nur ein Scheingebilde. Weder die Erde, noch das Wasser, noch die Luft, noch das Licht besitzen echte Ähnlichkeit mit der Wirklichkeit, die er ist. Siehe, dies alles wird vergehen, doch er wird bleiben. Er ist in Wahrheit der Grundstein der unvergänglichen Welt. Und er allein und jene, die sich an diesem Stein festhalten, werden teilhaben an der unvergänglichen Welt, der fortdauernden Wirklichkeit. Die stürmischen, aber ohnmächtigen Wogen der Zeit sind herangebrandet und brannten auch heutzutage noch an die Wirklichkeit der Gottheit Christi und an seine Menschennatur. Denn die Christen mussten hart kämpfen, um die Augen der Heiden bezüglich der göttlichen und menschlichen Natur Christi zu öffnen. Doch der Heilige Geist sah in seinem Allwissen dies voraus und durch seine Evangelisten bereitete er Waffen für Christi Armee vor. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Hätte der Herr nicht diese Schwere empfunden, wenn er nicht wahrer Mensch gewesen wäre, allen menschlichen Schwächen außer der Sünde ausgeliefert. Und nicht nur Schwere, sondern sogar Furcht. Vater, rette mich aus dieser Stunde. So spricht die schwache menschliche Natur, die vor dem Tod zurückschreckt, denn es geht hier um den Tod. Aber dies ist keine sündige menschliche Natur. Denn der sündenlose Herr fügt zugleich hinzu, aber deshalb bin ich in diese Stunde gekommen. Versteht ihr die Bedeutung des Todes Christi? Wir sind dadurch freigekauft, gerettet worden. Möge daher niemand nur bei Christi Lehre stehen bleiben, sondern er möge nach Golgotha gehen, um mit Schrecken auf das blutige Opfer am Kreuz zu schauen, das für unsere Sünden dargebracht wurde, für unsere Rettung vor dem ekligen Rachen der Schlange der Unterwelt. O Herr Jesus, der du um unseret Willen und um unserer Rettung Willen gelitten hast, erbarme dich unser wieder und wieder. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amin.